Die 20. Echo-Verleihung der Deutschen Phono-Akademie fand am 24. März 2011 im Berliner Palais am Funkturm statt. Die Gala wurde von Ina Müller und Gastmoderator Joko Winterscheid moderiert und im Fernsehsender das erste ausgestrahlt. Beim Echo 2011 gab es 25 Kategorien. Neu war die Kategorie Radio Echo für die zwischen dem 14. Februar und dem 4. März 2011 eine Online-Abstimmung stattfand. Wieder aufgenommen wurde die Kategorie bester nationaler Act im Ausland, die es das letzte Mal im Jahre 2000 gegeben hatte. Die Branchenpreise für den Medienpartner, den Handelspartner, das Produzententeam, das soziale Engagement und die Musik-DVD-Produktion wurden bereits während eines Wohltätigkeits-Dinners der Stiftung Musik hilft am 23. März 2011 überreicht. Live Acts Als Schoextraten auf Adele Rolling in the Deep Die Atzen P. Baxter Kassandra Steen Ina Müller Peter Maffei Annalos Stephanie Kloß Stephanie Heinzmann Max Mutzke Medli mit Hits aus 20 Jahren Echo Joy Denelaini Fied Max Herif Klaus Doldinger und Materia Niemand Herbert Grönemeyer Schiffsverkehr Hertz Stay Bruno Mars Grenade Lena Taken by a Stranger Take that Kids Unheilig Große Freiheit René Marik Kaspar Pop Selig Blauen Augen Annette Hrumpe Adel Tawiel Selig Max Rabe Berlin Ina Müller Die Kleine Kneipe Preisträger und Nominierte David Geert Rock Symphonies Peter Maffei Tattoos Reinhard May Mayregen Philipp Häusel Bis nach Tulaus Schiller Atemlos Laudatio Phil Collins Going Back David Getter One Love Michael Jackson Michael Israel Israel Z.Kamaka Vivo Ole Facing Futur Robbie Williams In and Out of Consciousness Lena Michael Set Player Sarah Connor Real Love Ina Müller Das W.E.R. Dein Lied Gewesen Nena Nena Best of Nena W.Lile Tales from Africa Laudatio Künstlerin International Rock Pop Amy MacDonald A.C.U.R.I.S. Ting Adele 21 Katy Perry Teenage Dream Pink Greatest Hits Sofar Rena Laut Laudatio Gruppe National Rock Pop Ich plus ich Gute Reise Adoro Glück Die Atzen Frauenarzt Und Manny Marc Präsentieren Atzen Musik Voll Die Fantastischen Vier Für Dich Immer Noch Fantasie Silly Alles Rot Laudatio Take That Progress The Black Eyed Peas The Beginning Bon Jovi Greatest Hits The Ultimate Collection Hurts Happiness Kings of Leon Come Around Sundown Laudatio Unheilig Große Freiheit Beat Stakes Boombox Blind Guardian At The Edge of Time Frei Wild Gegengift Scorpions Sting in the Tail Laudatio Gruppe Rock Alternative Linken Park A.C.U.S.S. 30 Seconds Isis Iron Maiden The Final Frontier Mando Diao MTV Unplugged Above and Beyond Why Beat Beyond Help Above Heaven Künstler Künstlerin Gruppe Deutschsprachiger Schlager Andrea Berg Schwerelos Selene Fischer Best of Die Flippers Es war eine wunderschöne Zeit Matthias Reim Sieben Leben Semino Rossi Die Liebe bleibt Live Laudatio Die Amigos Weißt du, was du für mich bist Hansi Hintersee Ich hab dich einfach lieb Kastel Ruter Spatzen Immer noch wie am ersten Tag Die Klostertaler Das große Finale Nockham Quintet Laudatio Künstler Künstlerin Gruppe Hip-Hop Urban Eminem Recovery Bushido Zeiten ändern dich Kulture Candela Das Beste Gentleman Diversity Sido MTV Unplugged La AUSM V Israel IZ Kamakavivo Over the Rainbow Der Preis wurde von Israel Kamakavivo Oles Witwe Malene Kamakavivo Oles Per Videobotschaft Angenommen Lena Setteleit Shakira Fit Freshly Ground Wacker Wacker Unheilig geboren um zu leben Yolanda Be Cool Und DC UP Venus Peak Americano Laudatio Unheilig große Freiheit Andrea Berg Schwerelos Helene Fischer Best of Lena My Cassette Player Amy McDonald A Curious Thing Laudatio Lena My Cassette Player Paul Kaugbrenner Berlin Cooling Luxuslärm So laut ich kann Freddy Schahin Scholl Carpe Diem W. Lile Tales from Africa Laudatio Newcomer des Jahres Hurts Happiness Katharina Jenkins Belief Cashe Animal Bruno Mars Duwops Und Hooligans Z.A.Z.Z.A.Z. Laudatio Ich plus ich Helene Fischer Peter Maffay Pur Unheilig Laudatio Bestes Video von 25 Videos wurden in einer Online-Abstimmung des Videoportals MyVideo vom 14. bis 25. Februar 2011 aus einer Vorauswahl 5 Videos für die Endrunde ermittelt. Von den folgenden fünf nominiert. Von den folgenden fünf nominierten Videos wurde während einer zweiten Online-Abstimmung vom 26. Februar bis 14. März 2011 wird die K-Sekundensieger-Video gewählt, welches am 24. März 2011 verkündet wurde. Rammstein Ich tu dir weh Bakushan, Baby, du siehst gut aus. Materia Fit. Yasha verstrahlt. Monros like a lady. Unheilig geboren um zu leben. Die folgenden 20 Videos sind in der Vorrunde ausgeschieden. Wir sind Helden, alles. Blumentopf, wir. Polmann, für dich. Lena, Tatscha in New Day. Das gezeichnete ich, Halleluja. Blumentopf, so lala. Laserkraft 3D, nein man. Gentleman, it no pretty. Bounce sound, bang. The baseballs, Umbrella. Frieda Gold, zeig mir wie du tanzt. Kühlschild Candela, move it. Deine Lack ein, Gun. Revolverheld, Spinner. Beatsteaks, Milk und Honey. Die Fantastischen 4, danke. Dendemann, stumpf ist Trumpf. Jennifer Rostock, irgendwo anders. Frauenarzt und Manny mag Disco Pogo. Fettes Brot, J1, 2010. Laudatio. David Geert, Rock Symphonies, Open Air, Andrea Berg, schwerelos. Helene Fischer, Best of. Peter Maffay, Tattoos, unheilig große Freiheit. Kritiker. Kritikerpreis Panther, Du Prinz, Black Noise, Fritz Kauk, Brenner, Here Today, Gun Tomorrow. Christiane Rösinger, Songs of L. Enthalt. Christoph Schreuf, Bourgeois, Vizgheta. Tokotronic, Schall und Wahn. Laudatio. Unheilig Team für große Freiheit. Olaf Opal für Juli, Matzen, Christina Stürmer, Fotos. Satellite Team für Satellite. Moses Schneider für Tokotronic, Dendemann. Valikon für Lena, Silli. Radio Echo ermittelt durch Online-Abstimmung Silbermond Krieger des Lichts, Ich plus Ich Universum. Lena, Satellite. Revolverheld, Spinner. Unheilig geboren umzuleben. Laudatio. 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 Schall.